Wir sind ja hier nicht nur große Stenostaten, das sind zusammengerüstete Gemeinschaften, die eben gesagt haben, hey, das Thema gefällt uns, wir wollen da mitmachen. Natürlich trainieren wir ein bisschen, aber irgendwann haben die auch mal angefangen. Und also jeder Publikum ist aufgerufen, hier mitzumachen das letzte Jahr. Also man kann sich hier bei uns anmelden und fragen, okay, ich möchte hier gerne mitmachen, man sollte das aber halt dann schon...